einen wunderschönen guten tag willkommen zurück im winter bei don't starve together mit dem yogi und tags und ich höre schon wieder irgendwo hände ankommen ja von dir also wenn du am ding stehst müsste es gehen hier ist immer noch hier ist ein vogel und der pend klau mich jetzt nicht mehr wow ja du nimmst du aus den fallen raus und die denken erst mal sie werden auch am leben aber dann aber dann hat er kreieren in eine rei die kann man auch nicht kochen oder die kann man einfach nur töten für die federn genau du kannst du mördern du kriegst entweder eine feder oder halten also ich weiß nicht was die was die wahrscheinlichkeit für jeweils das eine oder das andere ist also ich krieg bis jetzt immer nur federn aber das ist ja gut also da können wir entsprechend bloters draus machen und das ist ja erst mal nichts schlechtes 5 tonnen meatballs das problem 15 portionen ich muss mal ganz kurz checken ich muss ja ob es updaten weil ab ende des monats oder anfang nächsten monats gibt es probleme mit switch oder irgendwie sowas habe ich gesehen ja dann muss ich das habe ich vorhin dann mal gemacht und wenn ich mich jetzt immer mute war es ja so dass dein mikrofon einfach geblockt ist und da kommt kein ausschlag mehr wenn du dich jetzt mut ist und irgendwie weil ich hat husten musste dann ist der ausschlag trotzdem da allerdings in gelb nicht in grün das heißt ich muss im nachhinein checken ob der sound dann wirklich nicht da ist das muss ich alle episoden durchgehen wo ich gehustet habe und das noch mal leise machen ich glaube ich habe ein neues gericht ich bin relativ voll an leben zumindest ja leben bin ich nicht so voll aber essenstechnisch ich gehe nach nordosten essen meine ich ja und guck nach mitschnatz okay ich bin so fertig weil ich wollte gerade dieses eichhorn aufsammeln aber ich habe gelernt aufsammeln ist dumm ist es zu früh ja es ist zu früh ich gehe hier gleich in süden noch mal runter und guck danach nats ich könnte ja auch ein bisschen holz mitnehmen aber die die bäume sehen sehr kahl aus einmal berries das ist ja die sehen kahl aus na gut dann müssen wir halt mit heilsalben arbeiten würde ich sagen das wollte ich werde jetzt mal so ein baum einfach da habe ich auch gemacht aber da kommt nichts nur holz schneit es schneit einfach ein rot das nehme ich doch gerne ja ich meine es nicht so schlimm wir können ja mit heilsalben gegen arbeiten wir haben ja relativ ja und normales essen gibt ja auch immer so ein bisschen oder manches ich glaube nicht alles oder ob so sechs oder so gibt es immer oh ein tumbleweed hallo nix interessantes drin habe ich im notfall feuer material ja komm ran tumbleweed nicht wegrollen also das nächste große problem ist dann der diaclops tag 30 aber wir haben wir haben die dinge da genau und tatsächlich ich habe auch noch mal so das lieder zeug was du auch gefunden hattest gefunden da kommen die blüten snack ich mal weg das gibt ein bisschen leben dann können wir das lieder zeug mitnehmen weißt du noch was lieder zeug gebracht hat nicht viel ich glaube wenn überhaupt ein bisschen leben meine ich aber wirklich ein leben habe ich gerade gesehen lächerlich also im prinzip unnötig ich dachte deswegen was besonderes aber hier vielleicht für auch wie ein rezept das kann natürlich so ich habe es das auch einfach mal aufgefressen konnte es das nicht rein tun oh mir wird kalt mir wird kalt da müssen wir kurz ja ein feuerchen machen da wird es mir auch gleich schon wieder warm ums herz ich hätte auch erst mal die ihr macht nur aufsetzen können egal ich kann mir auch vorstellen dass das spicy chili einen auch wärmt ja würde sinn machen das problem ist nur temperaturanzeige es gibt zwar ein thermometer aber das bringt ja nichts für uns das bringt ja nur was für die umliegenden temperaturen will ich jetzt hier unten bleiben kann ich gar nicht hab so viel scheiß im inventar schon wieder da ist ein tumbleweed again komm ran gib mir gears ich will einen zweiten kühlschrank gibt keinen zweiten kühlschrank kreieren können wir uns nicht leisten sagst du ja hier ist ultra viel eis es kann natürlich sein dass so ein eis ding wo die wo die pinguine ihre eigene eisfläche haben dass die da nicht so geil drauf sind wir haben direkt neben uns jetzt eine große eisfläche gemacht ok ja dann würde ich sagen das heißt krieg das muss wir müssen feuer aufstellen brandpfeile entwickeln das umliegende gebügig abtrennen so was in die richtung hätte ich jetzt gedacht ist das überhaupt der weg nach hause bist du daheim ich bin daheim ja dann gut dann ist das vermutlich der weg du hast noch mal eis mitgebracht nein ist kalt feuer aber ich habe bären und ich habe eine karotte wir können natürlich sowieso keine trail mix machen genau uns wählen die bürtschnatz dann verballer ich das was ich habe werden wir zu diesen jahreszeiten auch nicht mehr bekommen ne dann verballer ich die bären und für weitere meatballs ja dann sind ja das gesamte monster äh ja oben rechts die oben rechts die ah ja so wir können glaube ich eine einzige falle bauen ne wir können sogar vier fallen bauen kreieren ich bin dafür dass wir diese pinguine beseitigen du willst es echt versuchen ähm da oben läuft ein treegard rum ich bin mir nicht so sicher warum ist das vielleicht der alte ja das wird der alte sein aber ich glaube das gerade einfach nur ein bisschen ein bisschen rumgelaufen die haben ja letztes mal als ich diese fallen gegen sie genutzt habe hatten sie ja kein problem damit und wir können auch ein feier dart machen ja wobei read ist glaube ich ein problem aber da könnte man ein neues holen das wäre kein problem also wo sind hier tust links wir brauchen doch wir haben ich habe alles einstecken werde auch nur am besuch im so eins zwei drei ähm also du willst dich wirklich mit dem pinguinen anlegen ja die haben eier ich will ein pyrogi machen wir haben noch so viel essen warum willst du es jetzt direkt machen essen wir doch erstmal das zeug was wir haben die sind doch den ganzen winter über da ja okay wir töten sie doch nicht ich esse jetzt mal das spicy chili das hat leben und essen gebracht schauen wir mal nach wie viel davon zwei koroll hier 20 leben 37,5 side effect warms the body oh unsere kebabs unsere k-bobs nicht unsere kebabs die wärmen auch den körper was geben die sonst noch 37,5 leben äh essen und drei leben deine schmetterlingen ne das bunnies du also dreimal eis und einmal morsel wir haben auch den körper und das war's wir haben nicht den körper dann brauchen wir eis wir haben nämlich noch einmal morsel übrig ja dann würde ich sagen gibt es jetzt erstmal eine eisfarmerei guck mal in die werkzeugkiste schon mal die die äh die fallen rein stein muss ich jetzt ja auch nicht mit mir rumtragen haben wir eine extra steinkiste oder ist die hier beim gold eigentlich mit drin? unten unterhalb des feuers unterhalb des feuers ist die steinkiste wunderbar so den oh einen zahn haben wir noch den tue ich jetzt auch wieder hier oben dazu also wir brauchen im prinzip eis warst du westen dann Richtung süden gegangen äh ne ostensüden war ich und da ist auch eis tatsächlich das habe ich jetzt eben noch nicht mitgebracht weil kein platz ja ich gehe dann mal Richtung westen und süden oh wir können wieder ein paket aufmachen ich weiß zwar nicht warum schon wieder aber ok ja man könnte sich ja sonst nix ne knee pants yeah sieht man zwar nicht aber egal ich trage sie nun sehr gut sehr gut oh jetzt habe ich auch eins na toll aber gut ich bin jetzt schon auf dem weg jetzt wird es nicht geöffnet da oben ist eis das nehmen wir doch direkt mal mit wo ist meine maus oh da unten ist auf jeden Fall ein Grab das sehe ich dann mache ich mir meine goldene Schaufel und dann werde ich ein bisschen Grabblünderei begehen jo dann haben wir uns noch eine gute Shovel hier hier ist jetzt eine Eisfläche und jetzt kommen hier Pinguine an während ich die Eisfläche die Eisfläche allein hat es jetzt nicht aggro gemacht dass ich drauf rumgelaufen bin aber ich glaube auf diesen Eisflächen siedeln die sich dann an und brüten da für was haben wir gerade sammeln wir eigentlich ach für's für's morsel stew für's bunny stew sammeln wir also ich habe jetzt 19 eisen oder so nice das Eis ist vorhanden wir haben hier unten noch Schweinebärmenschen also ein Schweinebärmann ja die wohnen da ja ab und zu einfach mal und so drüben haben wir Spinnen drei Flammen am Feuer stellen direkt westlich von uns sind Spinnen oh gefühlt sind überall Spinnen wir haben auch hier ein dreistöckiges und ein zweistöckiges Spinnenhaus äh eklig so da gibt's ein gutes bunny stew ja das ist gut dass wir jetzt hier nochmal zwei neue Rezepte haben sozusagen so mhm mhm da würde ich gerne runter was das oder das warum noch es muss das sein weil das hat ja nur da hoch irgendwo gefüllt dann laufen wir jetzt mal darüber und checken das ab den Kompass können wir aber hier lassen den brauchen wir ja nicht ok der Kompass zeigt einen tatsächlich an in welche Richtung Norden ist ist halt ganz cool wenn du in der Panik eventuell dein dein Ding wegdrehst richtig und nicht weißt wo deine Base ist ja das kann gut sein ähm ich werde hier den Wald anzünden müssen oder ich muss zurück gehen muddy gardening boots use now die passen perfekt zu meinem Kostüm confirm outfit im Prinzip wäre es nicht so blöd die Nacht hier draußen zu verbringen und den Wald anzuzünden weil dann kriege ich auch Asche ja da haben wir direkt auch wieder Kohle und Asche ja also es wäre vielleicht gar nicht so blöd eventuell nicht direkt bei den Schweinebärmenschen ich will nicht deren Häuser zerstören ich habe übrigens ein Lying Roboter ok Herr Raspers beautiful lies to me das ist doch schön das hört sich an als wäre es gut für deine Sanity wahrscheinlich ja ich denke hier in dem Wald kann ich anfangen Lagerfeuer zu machen Brennbaum ich war es nicht ich bin mir nicht sicher ob das meine Füße auf dem Schneeboden sind oder ob ich einen Hound oder Hounds höre ich war das nicht auf dem Schneeboden Krian hast du etwa nicht den Wald angezündet? nein habe ich nicht habe ich nicht so mir wird gleich kalt aber das ist okay weil ich muss eh dann ein Feuer machen weil es dunkel wird ich habe übrigens alle meine drei Katzen verloren wieso? dadurch dass ich gestorben bin es war Luft zwischen dem Gang wo ich gegangen bin und unserem Ding also es kann nicht bis zu uns ja das ist alles gut ok ich war kurz ein bisschen in Sorge weil es dann doch ganz schön du hast ja auch gerade kurz Angst gemacht weil es dann doch ein bisschen äh ausufert das Feuer hier mir ist zu heiß ja das ist Winter das ist eigentlich nicht ja aber mir ist zu heiß nicht so gedacht du äh ich gebe dir mal den den Healstone genau ich wollte gerade sagen tu den Stone doch in den Chester damit dem auch warm ist ok jetzt wird mir wieder ein bisschen kühler dieses Gebiet hier müssen wir noch erkunden da war ich noch nicht ich muss noch ein bisschen weiter weg bleiben vom Feuer mir ist noch zu heiß ich darf aber nicht zu weit weg bleiben weil es wird bald dunkel glaube ich ja jetzt es ist natürlich wieder viel zu lange dunkel ach ja da stehe ich da im Schnee ist es offiziell schon Nacht? ja bei mir ist alles hell hier ist alles hell ich werde auf jeden Fall viel Kohle und Asche mitbringen können wenn der Wald hier ausgebrannt ist also ich meine Kohle haben wir auch noch ein bisschen aber nur haben, haben, haben kann es sein dass die Milestones mittlerweile einfach schneller ihre Haltbarkeit verlieren oder kommt mir das nur so vor? weil wir sind drei Tage im Winter und der Milestone hat nur noch 50% Schweine bei Menschen das war mal ein kontrolliertes Feuer sollte es jetzt leider unkontrolliert sein tut es mir leid ja 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 mit etwas Glück tötet es aber die ganzen Spinnen weil ähm das breitet sich extrem aus das Lagerfeuer das hätte ich jetzt nicht gedacht well that escalated quick ich meine, ich meine ja gut in einem voll besetzten Wald ist es natürlich gefährlich ein kleines Feuer zu machen ja, ich habe auch immer schon gesagt Feuer, Schere, Licht ist für kleine Spinnen nichts wenn die dann mit Feuer spielen ne und dann es aufflammt holy shit das war mal ein Wald ja, ich habe so ein bisschen Angst dass du so die halbe Erdkugel hier verbrennst und da nichts mehr übrig bleibt aber hey hey, ich möchte ja gar nicht ja, könnte es jetzt wieder Tag werden damit ich auch irgendwas Sinnvolles machen kann? wie, nein? nein, das Problem war ich war kurz davor Asche einzusammeln dann kam Wind und hat die Asche weggepustet uuuuuh weil meine Asche meine Aschefrequenz ist relativ gering ich bin jetzt bei kriege ich die? Bäume geben halt auch Kohle Asche kriegst du nur von Büschen und so ja, trotzdem und von Items, die verbrennen also wenn du lustige Items hast und nicht willst die kannst du auch anzünden so Rucksäcke oder so du Chester, komm mal her ich muss dir mal so ein Stack Kohle geben du Chester, komm mal her ich verbrenne dich mal nein du hast kurz ein bisschen mir Sorgen gemacht ne, um das Wutergehen deines Chesters nein, Chester wird nicht verbrannt also ich weiß nicht ob er unter die Haustieregel äh, geht da müsstest du zweimal am Tag mindestens eine Stunde mit ihm spazieren gehen aber, ähm, ja Asche Asche Oh, ein Walross Hallo Walross Ja, der holt direkt sein Floodart raus ich renne jetzt mal weg Alter Ach du Scheiße Also wenn du ein Walross siehst nicht nähern die sind ziemlich aggro und die schießen und die haben ein gutes Aim Also Aim-Bots hast du Am feinsten Oh, aber jetzt jetzt kämpfen sie mit den Schweinemenschen die pennen hier im Schnee Es ist vielleicht doch ein bisschen eskaliert das Feuer Ja, passiert, ne? Ja, so gefühlt Ich glaube, es wird auch nicht mehr aufhören Ich glaube, der gesamte Wald der hier unten mal war Ist jetzt nicht mehr Ist gleich nicht mehr, ja Was ist das? Was ist ein Red Pouch? Egal, ich habe ein Rot Ein Rot ist gut Ein Rot macht mehr gut Und da sind Blümchen die kann ich essen für Leben Du Chester, komm mal her Ich habe noch so einen Stack Kohle für dich Hier ist eine Message in der Bottle kreieren Was sagt sie denn? Ich komme nicht dran, sagt sie Brenn nicht im Wald im Westen von euch ab Ihr wird euch immer beschützen Ja, vermutlich Das wird da vermutlich stehen Aber das werde ich jetzt noch nicht empfaden Wir können doch nicht Wir können doch nicht segeln Ob wir wollen oder nicht Aber was ich erfahren habe Ist, dass die Folge vorbei ist Weil die Zeit ist so Dementsprechend vielen Dank fürs Zusehen Bleibt gesund Hau rein und Bye-bye Auf Wiedersehen